Musik Bereits der wellenlose Anleger bietet ein Plus an Produktivität und Produktionssicherheit. Eine Vielzahl innovativer Detaillösungen sorgt für höchste Qualität und Anlagepräzision, bei Leistungen von 15.000 oder mit Highspeed-Paket bis zu 16.500 Bogen pro Stunde. Musik Kennzeichnend für die wellenlose Antriebstechnik Drivetronic Feeder sind die von der Maschine unabhängig geregelten Einzelantriebe für Saugbändertisch, Bogentrenner und Stapelhub. Verschleißanfällige Getriebe entfallen. Der Anleger ermöglicht die flexible Verarbeitung unterschiedlicher Bedruckstoffe und einen zuverlässigen Bogentransport bei maximaler Leistung und minimalen Rüstzeiten. Musik Der Saugbändertisch mit Bogenverlangsamung sorgt für einen sicheren Bogentransport in die Anlagelinie. Musik Die pneumatische Saugziehmarke gehört zum Standard der Rapida 105 und erfüllt höchste Ansprüche an den Anlagepasser. Eine elektromechanische und eine Ultraschall-Doppelbogenkontrolle überwachen den Bogeneinlauf in die Maschine. Sie lassen sich für ein besonders breites Bedruckstoffspektrum von Papier bis zu Aluminium kaschiertem Karton einsetzen. Für starke und mehrlagige Materialien steht eine kapazitive Doppelbogenkontrolle zur Verfügung. Musik Die Schwinganlage mit Anlegetrommel übernimmt die ausgerichteten Bogen und beschleunigt sie auf Produktionsgeschwindigkeit. Musik Mehr Flexibilität bei geringeren Rüstzeiten. Mit der vollautomatischen Formatfernverstellung über den Ergotronic Leitstand ist ein schneller und einfacher Bedruckstoff- und Formatwechsel möglich. Die Einstellwerte werden mit den Auftragsdaten gespeichert und bei Wiederholaufträgen abgerufen. Damit reduzieren sie Rüst- sowie Auftragsdurchlaufzeiten und steigern die Wirtschaftlichkeit ihrer Rapida 105. Musik 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 Musik